So sieht er also aus, der alltägliche Hausmüll. Pro Kopf macht es in Deutschland 455 Kilogramm im Jahr. Wow, das ist ganz schön viel, oder? Aber zum Glück kann bei uns einiges wiederverwertet werden. Wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Container hier voll ist? Der Recyclinghof, auf dem wir uns jetzt hier gerade befinden, gehört zu den am stärksten besuchten Recyclinghöfen in Berlin. Und bis hier so ein Elektroschrottcontainer voll ist, dauert es im Schnitt rund zwei Tage. Wie geht die Reise weiter? Wenn der Container dann voll ist, wird er an ein Tochterunternehmen von uns, die Braal, transportiert. Und dort werden die Geräte dann nach sogenannten Gerätegruppen sortiert. Das bedeutet, man sortiert die nach Unterhaltungselektronik zum Beispiel oder auch nach Haushaltsgeräten. Und dann schlussendlich entscheiden die Hersteller, wie es mit den Geräten weitergeht. Also entweder holen die Hersteller die Geräte dann zur weiteren Verarbeitung ab oder die Braal verarbeitet die Geräte selbst weiter. Ich kaufe auch nicht immer nur neuartige Kleidungsstücke. Auch getragenes. Kann äußerst schick aussehen, wie ich finde. Habt ihr denn schon mal was von Upcycling gehört? Was? Noch nie gehört? Na dann solltet ihr mal lieber regelmäßig im April auf fluter.de nachschauen. Bis zum nächsten Mal.